guten tag hier bin ich wieder euer stu von und zu klick aus der reihe von friedrich stolze vorgetragen von wolfgang haus die heute weitergeht mit dem gedicht auch vorgetragen von wolfgang haus nur diesmal von karl ettlinge ettlinge war auch in frankfurter geboren 1882 und verstorbe 1939 so und zwar das gedicht wo es der kauf jetzt vorträgt heißt schlicht und ergreifend und ganz kurz als viel spaß als wenn ich das wörtchen als gebrauch da tun die leute als lache das als gehört doch zu der sprache da kann man als nichts machen und wäre ich auch vom als ein feind ich muss als zitieren zum beispiel wie die sonne anscheinend da gehe ich als passieren und geht mir alles was durch den sinn dann kratze ich als mein köpfe wenn ich als recht deutlich bin da trinke ich als mein schöpfe und ist mein dackel als zu frech da tue ich ihn als strafe und gucke ich als im kino blisch da tue ich halt als schlafe und finde ich als ein stoff recht frei dann schreibe ich als geschichte und fällt mir als was dummes ein dann mache ich als gedichte das alles das fließt mir von beschnut und geht mir mich achare weil es als mir als gefalle tut tonpuis als gebrauch so das war das gedichtsche als von karl ettlinger auch so ein frankfurter mundartdichter demnächst geht es weiter es gibt viele folge die der herr kaos vortrag wird von friedrich stolze und auch von herrn ettlinger und anderen gedichte werde ich auch noch aus der kiste rauskramen die ich als literarische frankfurter euch noch beibringen und zwar meistens aufgenommen von der firma stu grafo film der gerhard pauli am meriam platz 8 also viel spaß in der zukunft und wenn es euch gefallen hat wir würden uns auch richtig freuen wenn mir mal feedback bekommen würde und sei es nur eine kleine info alles klar bestellt zeit tschüss euer stu von und zu klick stopp noch was wir haben nämlich auch die zwei sache von dem herrn stolze und von dem herrn ettlinger von wolfgang kaos gesproche auf dvds die könnt ihr bekommen die dvd stolze beinhaltet 18 gedichte und die dvd ettlinge beinhaltet 20 gedichte jede dvd kostet 14 euro 50 plus versandkosten bei uns stu grafo am meriam platz 8 könnt ihr die bestelle adresse seht ihr unten danke tschüss und